Herzlich Willkommen zu einem weiteren Video. Wir haben jetzt den Flight Simulator hier ein neues Flight Willkommen, nämlich umsonst vom Film Top Gun, Maverick mit Tom Cruise mit an Bord und das möchte ich mir gleich anschauen. Hier haben wir noch den Reitern groß, weil es nur eine Aktivität ist und an und für sich können wir ihn auch hier finden, unsere Aktivitäten, wir schauen einfach rein, gehen hier ganz nach rechts und hier ist er schon ein bisschen was habe ich schon gespielt und mit euch möchte ich jetzt noch zwei, drei Sachen machen. Merkt ihr schon, die Musik wird anders, ganz nostalgisch aus dem ersten Teil riecht und zwar möchte ich hier die letzte Herausforderung ganz unten machen, diese hier, die Dark Star möchte ich machen, Stratofernflug, weil das finde ich, das ist richtig geil, das Flugzeug ist geil, der Flug ist geil, aber er dauert ein bisschen, also nimm ein bisschen Zeit mit, ich werde es vielleicht verschneller müssen, ich glaube 40 Minuten dauert der Flug insgesamt, das hat kein Menschen glaube ich, oder vielleicht zwei, drei, ok und genau deswegen mache ich jetzt das Video und das hier ist unser Flug hier, wir fliegen in Amerika vom Westen nach Osten und wir haben hier einen ziemlich langen Flug, ihr seht schon und das machen wir in ein paar Minuten und das ist richtig genial, also legen wir gleich los. Der Status, Fährenflug, wir können gleich loslegen, wir gehen ins Cockpit rein, ok, sehr schön. Mal schauen, das Bild, das stört jetzt ein bisschen, ich muss ein bisschen Höhe machen, wir machen das ein ganz kleines bisschen mehr, ich glaube, hier sollte es nicht stören, hoffe ich zumindest. So, das lassen wir so, wir legen gleich los, wir schauen uns das ganz kleines Cockpit an, was wir hier alles haben, hier unsere zwei Motoren, die Aktivierung für unseren Superstrahl hier, für unsere Triebwerke, die dann nachher Vollgas geben werden, ja, sonst jede Menge Knöpfchen und zwei Fenster und zwar nicht geradeaus, wir sehen nämlich nicht, wo wir hinfliegen, wir sehen nur links und rechts, was es so schönes gibt, auch cool. Gut, also wir müssen komplett nach Instrumenten fliegen, falls wir das Flugzeug in echt haben und anzeigetechnisch hier oben, das sehe ich jetzt, das habe ich noch nicht gesagt, das hier, die Wachanzeige, ganz, ganz wichtig. Okay, gut, wir legen gleich los, lösen Sie die Parkbremse, einmal nach links drücken das Ganze und dann drücken Sie den Gashebel auf Mill, indem Sie A halten, so wir halten mal A. Wir sehen hier bei den Anzeigen, ist sie auf die Hälfte hoch, 1 und 2 ist auf die Hälfte hoch, okay. Wir wechseln in die Außenansicht, dass ich ein bisschen mehr Übersicht habe, genau so, sehr schön. Wir können, glaube ich, schon loslegen, jetzt gehen wir richtig Stoff. Fahrwerk fahren wir ein. Ganz leicht im Hintergrund die Musik, nur wir 10% neigen, holen wir uns gleich. Nee, ist zu viel, ist zu viel. Jetzt, da sind wir zu Hause. Gut, wir erreichen, macht 0,9, haben wir. Stellungsbereich, GPS, okay. Ein bisschen nach rechts rüber schwenken. Jetzt, GPS-Bereich. Haben wir. Wir können ein bisschen die Nase noch nach oben ziehen, wir sind hier ein Stückchen zu schnell sogar. Schauen wir mal ganz kurz, jetzt kommen wir wieder mit dem Langsamer, glaube ich. Und wir müssen jetzt immer nach rechts. Nee, das war zu viel. Jetzt sollte es mir passen. Nee, nee, nee. Okay, passt schon. Nächste Aufgabe, behalten Sie eine Neigung von 20%. Haben wir. So, das Speed wird jetzt langsam, aber natürlich steigen wir voll schnell auf. Das wollen wir genau, das wollen wir haben. Jetzt kommt nach rechts. Im Prinzip steigen wir jetzt nur wieder hoch. Und das wollen wir jetzt noch mal hoch. Nächste Sache, was wir hier machen müssen, Rolle umgedreht, okay, wir stabilisieren das Ganze, das ist mir jetzt in diesem Winkel nicht gut, finde ich, und wir machen einmal die Rolle, so, sehr schön, einmal rübergerollt, okay, gleich wiederholen das Ganze, weil es sonst kritisch, so. Neigen nach unten, haben wir, erreichen 7,81, sollten wir auch gleich haben, ja, 7,1, so, haben wir erreicht, sehr schön, halten Sie die 1,2 beim Hochziehen, okay, wir müssen noch ein bisschen warten, 1,2 sollten wir gleich erreicht haben, wir ziehen langsam hoch, schön langsam bis wir unsere 10 Grad haben ja, haben wir und die 10 Grad dazu ein bisschen jetzt, jetzt haben wir unsere 10 Grad auch, sehr schön, ein bisschen noch hoch GPS-Signal sollten wir jetzt wieder verfolgen erreichen Sie Mach 3 da werden wir schon wieder langsamer, da müssen wir aufpassen, ein bisschen nach unten so, jetzt die Nase nach unten und jetzt steigt, glaube ich, ja, jetzt steigen wir wieder von der Geschwindigkeit her, das sollte jetzt so weitergehen nach unten nach unten wollen wir nicht mehr wir müssen uns neu ausrichten, also nach links müssen wir, glaube ich, ein bisschen nach unten ja, so ungefähr da wollen wir hin, genau sind nach links und jetzt schauen wir, wie schnell sind wir 5,9 ok, das ist ok die 10 Prozent Neigung, die kann ich jetzt nicht einhalten, weil sonst wird er natürlich nicht schneller werden das ist klar und ihr seht schon, wie langsam das Ganze nach vorne geht aber ich sollte jetzt probieren, vielleicht, wir bauen uns ein bisschen Tempo auf, indem wir die Nase nach unten ziehen bauen unsere Mach 3 schneller auf ja, da seht ihr schon, da kommen die Mach 3 die ziehen jetzt ein bisschen nach unten ja 1,9 das machen wir jetzt ganz schnell 2 2,1 2,3 ja, jetzt werden wir immer schneller, das ist cool 2,4 2,5 2,5 und wir können die Nase langsam nach oben ziehen wieder ganz langsam und wir haben die 3 genau geschafft und wir ziehen jetzt richtig rabiat nach oben so, wir ziehen ganz ganz nach oben, wenn es jetzt geht weil jetzt geht es richtig los Scramjet Übergang, den werden wir jetzt aktivieren in Scramjet hier im Cockpit schaut euch ganz kurz an das hier so, wo ist er? den hier auf Ausstellen, den hier auf Ausstellen, das ist cool und jetzt die Musik auf spannend, Brennstoffzelle einschalten, ok, Brennstoffzelle ist eingeschaltet und jetzt lösen wir Scramble Enable und den kleinen Kippschalter hier, dieses kleine unscheinbare Ding und es piepst schon so, raus dem Cockpit raus warte bis sie Screamjet die volle Leistung erreicht haben ok, also hier wird gepiepst, nein, piepst ist schon aus volle Leistung haben wir erreicht und jetzt hat er schon jetzt schaltet er um die anderen Triffwerke, ihr seht schon, die Leistung geht runter und die anderen übernehmen jetzt ok, halten sie nach 9 ok, ihr seht schon, 4,6 haben wir hier 4,7, ok, wir bauen langsam unsere Geschwindigkeit auf wir verlieren aber hier Geschwindigkeit jetzt ziehe ich die Nase ein bisschen nach unten dass wir wieder unsere Geschwindigkeit aufbauen können ja, und jetzt geht sie richtig massiv hoch die Antriebe übernehmen jetzt und es wird richtig cool Musik wird jetzt laut, ihr hört schon uiuiui, 8, 9 haben wir gleich langsam nach unten, ja, genau sehr schön gut 7,5 haben wir schon coole Sache jetzt wird auch langsam die Oberfläche hier rötlich, ihr seht schon da ist eine Hitzeentwicklung durch die Reibung da sieht man ganz toll ok, sehr cool sehr, sehr schön in die Cockpit-Ansicht habe ich jetzt gewechselt 8,8 mach haben wir schon 8,9 und wir haben jetzt 9 erreicht sehr gut also können wir ein bisschen nochmal hochziehen wir wollen zu den Sternen langsam nach unten er will aber trotzdem, dass wir nach unten neigen das geben wir ihm jetzt natürlich das bekommt er und wir haben 9,10 wir werden sogar langsamer jetzt ne, wir steigen jetzt noch ein bisschen auf, komm wir haben Zeit, wir wollen die Sterne sehen wir wollen wir können Untertitelung. BR 2018 Jetzt ziehen wir schon direkt deutlich die Sterne oben. Seht ihr das, wie schön das ist? Lensflare sie auch nochmal simuliert. Richtig schön, dass wir jetzt wieder runterziehen, wir verlieren Angeschwindigkeit. Ui. Horizontalen, gerade Ausflug sollen wir beibehalten. Machen wir. Ja, da ist er schon. Ui, da hat er wieder einen schönen Sound gemacht hier, 7,8. Okay, haben wir auch. Sehr schön. Dunkler, schöner Himmel. Das ist blau. Wunderschön. So, was brauchen wir? Erreichen Sie Cap Canaveral. Behalten Sie die GPS-Steuerung bei. 36 beibehalten. Okay, ich glaube, wir müssen da sogar höher fliegen. Habe ich hier zuerst. War es ja grün. Wir sind ziemlich weit oben. Also fliegen wir wieder hoch. Schauen uns die Mach 7,8 an. Ist okay. Und was haben wir noch? GPS ausrichten. Ja, vielleicht sollten wir ein bisschen hier in die Richtung fliegen. So, wir fliegen ein bisschen nach rechts. Der Mond vor uns. Cool. So, GPS, jetzt sind wir wieder auf Kurs, glaube ich. Noch nicht ganz. So, GPS, jetzt sind wir wieder auf Kurs. So, 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 jetzt sind wir wieder auf Kurs. Das war's. Gut, in dieser Position werden wir, glaube ich, noch ein bisschen verharren. Die Frage ist, wo unser Flughafen ist, aber wir haben hier keine Map, wir können uns das nicht anschauen. Wir können ungefähr die Flugroute laut Kompass hier einhalten, den GPS-Signal folgen und das ist jetzt wieder grün gewesen. Ihr seht schon, wir sind schon ungefähr in die Richtung unterwegs, das passt. Wir haben auch die Maximalhöhe, glaube ich, jetzt erreicht. Also Höhe können wir jetzt nicht fliegen. Hier sind sie schon ziemlich weit oben, ja, die fliegen ein bisschen rum, zur Neigung. Ui, hier hat irgendwelche Problemchen, haben wir hier mit der Grafik oder sonst was. Hier vielmehr, aber ich kann mich, wenn ich im Auto Denn halloove glaube ich sonst auch nicht und das. Schöne und unverteileziehen. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 1.200 sollten wir haben hier, um die 36.000 mit dabei zu behalten Ah, Meilen, 36.000 Meilen bei Okay Ah, Meilen, 36.000 Meilen bei 420 Okay, die sollten wir hier beibehalten Okay, die sollten wir hier beibehalten, um die 36.000 Meilen bei Okay, die sollten wir hier beibehalten, um die 36.000 Meilen bei Okay, die sollten wir hier beibehalten, um die 36.000 Meilen bei Okay, gezdinn, 33.000 Meilen bei Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Jetzt sieht man auch sehr schön, man fliegt hier entlang an der Küste Seht ihr auch unten das mittlere hier Ich gehe mal hier mit dem Körser auf Das hier seht ihr recht schön Wenn man hier fliegt, das baut sich natürlich wunderschön auf Hier braucht es natürlich ein bisschen länger jetzt Aber wir sind ziemlich, ziemlich schnell unterwegs Wir haben jetzt noch immer Mach 9,2 Also das ist richtig cool Und in ein paar Minuten sollten wir unser Landeziel erreichen Und in ein paar Minuten Und in ein paar Minuten sollten wir uns mit dem Körser auf Sehr schön Ich habe Audioaufnahme gehabt und wie die Audioaufnahme gestartet ist Das hat sie dann ein paar Sekunden später sich wieder ausgeschaltet Habe ich natürlich nicht bemerkt bei diesem ganzen Flug Und habe jetzt, muss jetzt leider Gottes das Ganze nachsprechen Hier was mir passiert ist Und es ist ziemlich interessant, deswegen mache ich das Ganze jetzt nochmal Und zwar habe ich hier ein kleines Problemchen dann zum Schluss der Reise Aber das ist egal Ihr seht gerade, ich zeige euch, dass ich auf Kurs bin Das passt alles Wir fliegen da Küste entlang Wir haben unsere richtige Richtung ausgewählt Wir haben Tempo, wir haben Kurs, alles cool Und alles in bester Ordnung Noch 9,5 Mach fliegen wir Das ist alles stabil Wir sind ziemlich schnell Also passt das hier alles Und in den nächsten paar Minuten wird es ziemlich interessant werden Also der Landeanflug selber wird ziemlich turbulent Ja, ich glaube, ich habe den Bug erwischt oder sonstiges Bin mir noch nicht ganz sicher, was es wirklich war Aber ich hätte nicht bemerkt, dass ich irgendwas falsch gemacht habe Dass ich die Triebwerke ausgeschaltet hätte oder so Wäre mir jetzt so nicht aufgefallen Also vielleicht sehen wir hier irgendwas, was mir passiert ist, wo der Fehler war Auf jeden Fall Ich finde den Flug wirklich, wirklich schön Ihr seht auch die Luftverwirbelungen hier beim Fenster rausschauen Rechts mein Video, also meine Aufnahme von mir selber Die habe ich jetzt überdeckt mit dem Top Gun Maverick Logo Weil natürlich da nichts mehr zusammengepasst hat Also Synchro passt nicht mehr Und auch die Reaktion dazu passt nicht mehr Deswegen habe ich sie leider weggetan Aber okay Lensflare, ihr seht ihr wunderschön Die Wolken sehen sehr, sehr schön aus Also dieses Spiel haben sie wirklich cool gemacht Und wir kommen jetzt zum Landeanflug Wir haben neue Ziele bekommen Wir müssen hier den Schub reduzieren Das machen wir jetzt hier auch gleich Und wir müssen hier die 30 Grad Winkel nach unten auch einhalten Das heißt, wir werden die Nase langsam nach unten ziehen müssen Und hier seht ihr recht schön In der Cockpit-Ansicht finde ich das Ganze natürlich viel, viel besser zum Anschauen Hier in der Mitte, die 10% werden super angezeigt Die passen gut, das einzige was jetzt hier auch interessant ist Wenn ihr die Nase runter zieht, passt unbedingt auf euren Speed auf Das wird mir dann auch gleich zum Verhängnis werden Da hätte ich die Maschine fast gecrasht Aber auf jeden Fall die 10% Neigung, die passen jetzt Schub wurde zurückgenommen Bis zu dem Punkt, was sie gemeint haben hier Und jetzt fliegen wir schön langsam runter Seid da ziemlich vorsichtig dabei eben Weil jetzt der Speed natürlich dementsprechend hoch geht Gashebel jetzt auf Leerlauf natürlich Und den habe ich noch nicht drin Jetzt habe ich den Leerlauf eingestellt Da haben wir auch den Punkt, wo wir hin sollen Cape Canaveral Das ist unser Ziel Das ist unser Ziel So, unsere Superschall-Triebwerke hier Haben umgeschaltet Jetzt kommen die normalen, unter Anführungszeichen, Triebwerke wieder zum Einsatz Und wir fliegen weiter runter Wir müssen hier natürlich den Schalter deaktivieren Das machen wir jetzt auch gleich Das wird uns eh angezeigt Da habe ich leider die Klappe wieder erwischt Die Steuerung ist da glaube ich Finde ich halt nicht so cool Und obwohl ich jetzt hier das Tempo auf mittlere Stärke eingeschaltet habe Wird die Maschine verdammt schnell hier in dieser unteren Region Also hier unbedingt aufpassen, dass ihr nicht zu schnell seid Bei mir seht ihr schon, das ist viel zu schnell Ich überse das Ganze, weil ich gerade die Wolken bestaune Also die Wolken hier sind so, so geil gemacht Nur der Speed, den habe ich jetzt leider nicht Auf dem Schirm und werde jetzt schon langsam merken, dass hier was nicht stimmt Roter Bereich Die Maschine fängt jetzt an, Probleme zu machen Jetzt kommt diese Turbulenze und ich merke gerade Uh, Speed viel zu schnell Speed rausgenommen Komplett rausgetan Und gleich wieder ein bisschen Schub dazu, dass wir nicht zu langsam werden Und ab hier habe ich Probleme mit der Leistung Und hier passt es ja noch halbwegs, aber irgendwas geht dann demnächst schief Hier funktioniert die Steuerung noch zwecks Gashebel Nase gehört natürlich wieder ganz leicht nach unten Und hier habt ihr gemerkt, da ist der Speed jetzt zurückgegangen Ich habe nichts gemacht Ich habe Speed gegeben und ich gebe jetzt Speed Und es passiert nichts mehr Ich gebe Speed und es geht gleich wieder zurück Es lässt mich kein Speed mehr geben Jetzt habe ich natürlich, ja, keine Ahnung was ich machen soll Speed gebe ich und es geht nicht Ich nehme Speed weg, das geht Aber dazu tun geht nicht mehr Also entweder ist es ein Bug hier Ich habe keine Ahnung was das soll Aber ich bekomme kein Speed mehr Die Geschwindigkeit wird immer langsamer Ich habe jetzt Probleme hier, dass ich was ausrichte Ich verliere an Speed und werde den Eindruck natürlich dementsprechend ein bisschen anpassen, dass ich nicht mehr so viel Speed verliere Aber ihr seht schon, es geht sich ja dreimal nicht aus Ich habe hier schon massive Probleme mit der Maschine Und möchte hier ein bisschen nach unten ziehen und schauen, ob ich irgendwie noch Speed aufbauen kann Beziehungsweise ob die Maschine nochmal zum Laufen kommt Ich nehme komplett Speed weg Hau nochmal Vollgas rein Und hier seht ihr schon wieder, da steht es an Ich probiere nochmal Gas zu geben Die Maschine macht nichts mehr Ich weiß nicht, ob hier jetzt noch was gebracht hätte Wenn ich die Triebwerke komplett abgewürgt hätte Und wieder gestartet Vielleicht wäre das die Lösung gewesen Aber in dieser Situation hier Wo ich nicht weiß, wo man das genau einstellt Und wo man die Triebwerke jetzt komplett ausschaltet Und wieder einschaltet Ich hätte hier noch probiert, dass ich meinen zweiten Antrieb irgendwie noch zum Starten bringe Aber ich glaube in dieser Höhe mit diesem Speed wird das sowieso nichts mehr Ja, die Höhe habe ich jetzt erreicht, die ich haben sollte Eben diese 915 Meter glaube ich sind das Aber ihr merkt, meine Verzweiflung wird hier immer größer Es passiert nichts, ich bin im Sinkflug Bin viel zu weit weg vom Landepunkt Ja, ganz ganz schlimm Also wenn euch das in echt passiert Habt ihr echt Probleme hier irgendwas zu tun Ihr seht schon Ich bin hier am Minimum Speed fast schon angekommen Wenn ihr diese Maschine in echt zerstört, glaube ich Da habt ihr dann echte Probleme Aber in dem Fall, ich habe nichts dafür können Also ich habe alles probiert Speed weg, Speed hoch wieder Nichts hilft weiter Und eben das einzige im Nachhinein wäre vielleicht Die Maschine hier einmal auszuschalten, wieder hochzufahren Das werde ich vielleicht mal simulieren oder probieren zumindest, dass ich das mache So halbwegs in dieser Höhe Das könnte interessant sein, was passiert Ob ich das geschafft hätte, ob ich eine Chance gehabt hätte, das zu machen Ihr seht schon, Speed geht wieder weiter runter und es ist für mich vorbei Ich kann im Prinzip hier schon Notlanden, brauche ich hier gar nicht probieren mit der Maschine Das wird nicht funktionieren, also hat sich das Ganze für mich hier erledigt Aber das Interessante Ich empfehle wieder Wir sind auf Kurs Und dementsprechend werden wir das Ganze jetzt noch zu Ende bringen Kurs ist ok, jetzt haben wir einen leichten Rechtsknick, habt ihr schon gesehen, da müssen wir nach rechts rüber Beim nächsten Checkpoint Genau Vorne ist die Landebahn, sieht man schon Hier haben wir unseren Checkpoint noch, den wir erreichen sollten Und jetzt geht es zur Landung über Eine leiste Musik gesetzt ein Wolkenstippung, wunderschön Sonnenuntergang Lasst ein bisschen Speed drin, ich weiß, es schaut jetzt komisch aus, aber ihr braucht den zum Schluss Die Maschine sinkt ziemlich schnell ohne Speed, da müsst ihr aufpassen Die habe ich zuerst eingeschaltet gehabt Die kontrolliere ich jetzt nochmal, ob die aus ist, ja, ist auch aus Noch mal kurz ausrichten zur Landebahn Geschwindigkeit Reduzierung auf 200 Knoten, aber lasst ein bisschen Speed drin, ich habe da alles rausgenommen, ein bisschen sollte drin bleiben Die Spiegelungen im Wasser, der rote Himmel, die Sonne wie sie untergeht Also das ist Gänsehaut pur im Flight Simulator Das hier ist da, also mein persönliches Highlight bis jetzt auf jeden Fall Können sie nicht mehr von diesen Missionen reinschmeißen Einfach eine coole Stimmung, geile Musik Das bräuchten wir hier unbedingt mehr Und wir landen auf der Landebahn 13, ein bisschen mehr Gas, wie schon am Anfang erwähnt Den brauchen wir hier zum Schluss Und ab jetzt passt es Jetzt könnt ihr abdrehen Fahrweg ist ausgefahren Wir landen ganz ganz smooth Touchdown Und wir müssen jetzt stehen bleiben Sehr schön Also das war's für dieses Video Ich hoffe es hat euch trotz Turbulenzen zum Schluss Trotzdem gefallen Ich habe ja reine Flugzeug 39 Minuten gehabt Das Video ist ein bisschen länger natürlich wegen Start und Landung Und ja, ich hoffe es hat euch gefallen Ich hoffe ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei Und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag Und bis zum nächsten Mal Also macht's gut Und bis zum nächsten Mal Und tschüss